Bevor wir zu den SmartArts kommen, ist wichtig zu wissen, dass man sich in einer neuen Version von Office befinden muss oder in einem neuen Format. Das alte Word-Format hieß ja Doc-Format. Die neuen Formate heißen DocX. Wenn ich also hier entsprechend ein SmartArt einfügen möchte, dann komme ich in eine alte Diagramm-Darstellung. Ich habe hier zum Beispiel so ein Organigramm. Wenn ich das hier auswähle, dann habe ich hier die ursprüngliche Form von der Vorgänger von den SmartArts. Wenn ich jetzt aktuelle SmartArts haben möchte, dann muss ich schauen, dass dieses Word-Dokument nicht mehr Doc heißt, sondern DocX. Das kann ich ganz leicht so machen, indem ich hier auf Datei gehe, dann auf Konvertieren. Dann wird gesagt, okay, die alten Formate, kann sein, dass die nicht mehr angezeigt werden, dass die in der neuen Version nicht mehr unterstützt werden. Das bestätige ich. So, und jetzt, wenn ich hier speichern würde, ja, hier ist noch das alte Format angezeigt. Ich bin aber jetzt dadurch, dass mir hier nicht mehr Konvertieren angezeigt wird, bin ich hier in dem DocX-Format und kann jetzt bei Einfügen ein neues SmartArt auswählen. Ich sehe hier auch, dieser SmartArt-Katalog bietet jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten, als ich vorher gehabt habe. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich kann mir jetzt hier entsprechend einen SmartArt aussuchen. Sag okay. und es ist jetzt ein bisschen groß. Also hier zum Beispiel, ich habe hier links ein Textfeld in einer eingerückten Struktur. Ich habe hier zum Beispiel Stufe oder erste Stufe. Dann kann ich hier sagen, zweite Stufe. So, und der Vorteil ist hier, dass, wenn mir diese SmartArt von der Form her nicht gefällt, dass ich hier die Möglichkeit habe, weitere SmartArts auszuwählen, wo ich hier praktisch in meiner Gestaltung hier sehr frei bin. Also der Vorteil ist, ich muss hier keinen Text mehr einfügen. Hier übrigens noch, hier ist so ein Grafiksymbol. Wenn ich hier also entsprechend draufklicke, dann könnte ich also diese Grafik durch entsprechend füllen. Das Problem ist, dass das nicht jede SmartArt anbietet. Ich glaube, hier ist es noch einmal drin. Wenn ich aber ein SmartArt habe, wo das nicht unterstützt wird, dann fehlt dieses Bild halt wieder. Aber das Schöne ist, ich kann hier jegliche andere Formen auswählen, die hier angeboten werden, ohne dass ich jetzt noch einmal alles ausfüllen muss. Ich kann hier natürlich weitere Stufen einfügen und Text hinzufügen. Ich kann den Text auch entsprechend einrücken. Also ich habe hier die Möglichkeit, tiefer zu stufen, höher zu stufen und je nachdem, was ich hier auswähle, verändert dann entsprechend die Form. Und ich kann natürlich auch nach oben und nach unten stufen, wenn ich möchte, dass bestimmter Text in einer anderen Reihenfolge erscheint. Ich kann hier auch entsprechend die Farben ändern. Ich habe hier auch dann wieder Schnellformatierungen mit räumlichen Eindrücken und kann hier natürlich auch noch entsprechende Formen, wenn ich das benötige, hinzufügen.